herzlich willkommen holde meid und werter recke mein name ist florian alias dein lab tutor und ich heiße dich hier herzlich willkommen heute geht es um den oberhau der oberhau gehört zu den drei grund heuen und ist wohl der natürlichste und gleichzeitig der kräftigste der drei heue die alten meister empfehlen das gefecht mit dem oberhau von der dominanten seite zu eröffnen also als rechtssender von der rechten seite man kann den oberhau in drei kategorien unterteilen in den weiten oberhau in den oberhau den man ins hängen schlägt und den geschobenen oberhau wir werden uns heute mit den ersten beiden kategorien beschäftigen der geschobene oberhau bekommt noch mal ein separates video bevor wir direkt mit dem kampf tutorial am langen schwert beginnen möchte ich an dieser stelle einmal noch kurz erwähnen dass das basiswissen wenn es um den labkampf geht wie zum beispiel dass keine kopftreffer geführt werden hier vorausgesetzt werden wenn du im labkampf noch nicht ganz versiert bist dann verlinke ich dir oben noch mal das video zu den grundlagen und dann komme sehr gerne direkt in dieses video zurück und jetzt heute meint und werther ecke wo dies gesagt wurde lasst uns aufbrechen zum platz des kampfes dieser oberhau ist ein kräftiger und weit ausladen der hieb mit keiner besonders guten reputation denn dieser wird oft von wilden ungeübten fechtern gefochten diese variante wird in der regel nur im einsteiger training verwendet um ein gefühl für die waffe die biomechanik und die schnittlinie zu bekommen der grund dafür ist die riesengroße blöße die man bietet wenn der eigene hau nicht trifft diese hau ist beim schnitttest sehr beliebt und im ernsten gefecht wenn man wirklich sicher gehen kann dass dieser hau nicht fehl gehen wird wir schlagen hier den oberhau aus der hut vom tag von der schulter es gibt viele huten aus dem man den oberhaus schlagen kann die hut vom tag speziell von der schulter ist das natürlichste und das was ich für einsteiger am besten eignet kleiner fakt vom tutor im frühneudeutschen bedeutet vom tag so viel wie vom dach man könnte also übersetzt sagen das was von oben kommt die beine stehen hüftbreit und in einer aktiven aber unverkrampften spannung der ort ist nach hinten ausgerichtet und das gehilz ist auf höhe des gesichts die ellenbogen sind nah am körper um den gegner keine blöße zu geben wir beschreiben einen diagonalen bogen etwa von der schulter des gegners bis zum knie und enden in der wechselhut achte darauf dass du den schlag lang führst mit annähernd gestreckten armen dadurch generieren wir mehr reichweite und unser schnitt wird dadurch noch präziser achte darauf dass wenn du den schlag führst dass deine handhaltung in die offene handhaltung wandert damit dein schlag mehr reichweite erhält und du dein handgelenk nicht überlast ist wenn diese dinge für dich neu sind ich verlinke dir auch noch mal das video wie du ein schwert richtig greifen solltest den oberhau gibt es natürlich in zahlreichen schnittlinien du kannst sie natürlich genauso auch zur hüfte führen das entscheidende beim oberhau ist die diagonale führung bei dem optimalen oberhau solltest du zusätzlich darauf achten dass dich dein eigenes schwert schützt das bedeutet du solltest dein eigenes haupt in sicherheit bringen bei dem oberhau der von rechts kommt solltest du dein kopf leicht rechts zur seite neigen denn bei dem kampf mit dem langen schwert ist diese wehr auch gleichzeitig dein schild beim labkampf gibt es natürlich keine kopftreffer du solltest aber so kämpfen als wenn es welche geben das macht die kampfhaltung sehr viel glaubwürdiger und realistischer wenn du deine linie richtig text bietet dir dein oberhau schutz sowohl vor den oberhauen des gegners als auch vor den unterhauen die beinarbeit bei dem langen schwert also bei dem anderthalb händig geführten schwertern unterscheidet sich stark von der beinarbeit der einhändig geführten wären du solltest wenn du den oberhau ausführst mit einem wechselschritt arbeiten dadurch erhältst du mehr reichweite und du nutzt die biomechanik deines ganzen körpers so steht zum beispiel im kodex 44 a 8 im sogenannten danzig manuskript aus dem 15 jahrhundert vor allen dingen sollst du lernen die hiebe richtig zu schlagen weiterhin sollst du kraftvoll fechten das bedeutet wenn du mit dem linken fuß vor stehst und von deiner rechten seite schlägst dem hieb aber nicht mit einem vorwärtsschritt deines rechten fußes folgst dann ist der hieb falsch und nicht richtig stehst du andererseits mit dem rechten fuß vor um von der linken seite zu schlagen und du folgst dann ebenfalls dem hieb nicht mit deinem linken fuß so ist auch dieser hieb falsch deshalb achte darauf dass wenn du von der rechten seite schlägst du immer mit dem rechten fuß dem hieb nach folgst mache das gleiche wenn du von der linken seite schlägst so bleibt dein körper dabei immer im gleichgewicht und die hiebe werden lang und richtig geschlagen und heudemeid und werther recke ich denke wir sollten ausführen was die alten meister uns geraten haben es gibt später taktische ausnahmen von dieser regel in ganz speziellen situationen du solltest dich aber zu beginn peinlichst an diese regel halten folge dem schwert nach und das führt uns gleich auch zu der nächsten unwahrscheinlich wichtigen regel stahl zuerst das heißt zuerst führt die waffe dann folgt der körper in unserem beispiel heißt es dann wohl eher schaumstoff zuerst der oberhau ins hängen dieser ist sehr viel gebräuchlicher als der weite oberhau dadurch dass wir ihn ins hängen schlagen bleiben wir weiterhin eine bedrohung für den gegner können direkt ein folgestück fechten und sind auch viel besser gedeckt entscheidender punkt ist dass du beide oberhau varianten sicher und mit kontrolle fechten kannst damit du sicherstellen kannst dass du die regel verinnerlichst dem schwert mit dem schritt nach zu folgen solltest du den oberhau in bahnen üben mal von der rechten schulter und dann wieder von der linken schulter und zwar jeweils von der rechten und von der linken schulter im wechsel wenn du dich gut fühlst mit dem vorwärts hieb kannst du die bahn dann auch schließlich rückwärts fechten als empfehlung von mir wenn du die möglichkeit hast mit einer blankwaffe also mit einer stahlwaffe zu trainieren denn solltest du das tun im lab versuchen wir das gewicht der waffe passend darzustellen und das ist natürlich nur sehr bedingt möglich wenn wir nicht regelmäßig ein stahlschwert in den händen halten es ist überhaupt nicht nötig dass es eine scharfe klinge ist es reicht eine stumpfe blankwaffe wenn du fortgeschrittener bist kannst du natürlich auch immer mal wieder zu einer scharfen waffe greifen in dem nächsten video werden wir uns mit dem unterhau befassen schlag mir gerne deinen geübten oberhau auf den aboknopf und auf die wachturmglocke damit du dieses video nicht verpasst gehabt euch wohl und übt fleißig denn ihr wüsst ohne fleiß kann es keine kunst geben ja